Ja, ich bin offen. Ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg. Und wieder runter. WIEEE! Achte auf jeden Fall, wie lange die Aufnahme geht. Wir haben noch mal wieder gestartet. Ja eben, aber nachher mal nachgucken. nachgucken dass sie bei stunden überschreitet zwischen den von wo band an die denn ich habe schon eine schule mal hier wo geht es weiter hier Ach, schmier diese Kakerlaken. Du fängst einfach vor. Für dich. Hm, Mario oder was? Ja, warum willst du jetzt gegen diese Schatzstrügel-Leute kämpfen? Wenn du näher bist, dann kannst du einfach nicht den kannst. Ja? Was? Da wollten Gegner so über dieses Schluch springen, genau in dem Moment schieß ich und der fällt einfach nur rein. Und das war's doch. Hehe. Hehe. Gut. Aber wenn du bewegen musst, könntest du dich wieso nicht treffen? Sag das nicht. Du wirst gleich getroffen. Oder ich. Oder keiner. Äh, mutiert? Ja, der mutiert? Keine Ahnung, der verbrennt so lange so. Toll, weil ich an den T-Typ geguckt habe, bin ich da eingeschossen geworden. Hm. Geht weiter. Können wir mich jetzt um den ab... Ey. Jippa. Ich hab' komm' noch Leben mit Pelle. Oh, ich hab' Ziele erreicht. Ja, du lässt mich zurück. Natürlich. Wenn ich aber immer getroffen werde, brauch' ich deine Hilfe. Komm' zurück. Na, komm' hin. Ah, weiß ich. Kann kombinieren. Du hast ja auch getroffen, das weißt du, ne? Äh. Äh, wie wär's, wenn wir durchgehen? Da kommt ein Gegner. Wenn das geht. Ey. Jetzt komm'. Ich... Ich wollte noch ein Nickerchen machen. Äh, ja. Äh, ja. Käpt'n, reißen Sie sich zusammen. Der Heli greift uns gleich an. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. In Deckung. Verdammt. Oh. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Ich hoffe, du hast Aida töten. Und das ist egal, ob du stirbst. Nicht reden. Weg hier. Nicht reden. Weg hier. Nicht machen. Quatschen. Weißt du? Nicht quatschen. Nicht quatschen. machen willst du, oder? Du hast aber gesagt, nicht quatschen machen. Ja, nicht machen. Quatschen. Verdammt. Verwirr ich mich so selber. Na, weiter. Wo bist du? Hinter mir. Das kommt zum Laufen nicht ganz klar. Einfach nur gedrückt halten. Ja, das merkt mich. Na, weiterlaufen. Gegenüber ignorieren. Ich hab's einmal gekillt. Ich dachte, du ignorierst die Gegner. Ja, wenn die mir im Weg stehen kann. Ja, ich bin nicht ignorierend, oder? Ich schon. Höö. Das passiert, wenn man zu langsam ist. Wie gesagt, ich komm mit dem Laufen nicht klar. In jedem Spiel drückt er auf die Taste und er läuft und bis er keinen Ausdauer mehr hat. Der hier läuft unendlich. Ja, solange man die Taste hält. Ja. Ist doch gut. Nur laufen und jetzt steuert. Es ist wie ein Rennspiel. Ne, Rennspiel ist ganz anders. Lauf. Es ist, doch, wir rennen. Also es ist ein Rennspiel-Kratzer. Bewegung. Meiner sagt Bewegung, obwohl du vorne wegrennst. Ja, er wird sich selber motivieren. Nein, ey, ich bin gespannt. Ich steff gleich nochmal, das ist jetzt schon. Ich mach dir auch Platz frei. Jetzt komm. Wenn wir es zu dem Gebäude schaffen. Bumsi Chef. Gut, wir haben es geschafft. Mach an. Ada. Wie so ein richtiges Nachrichten-Sender. Ada One wurde im Kanal gesichtet. Oh. Stürm. Ich glaube, wir sollten es trotzdem ballen. Ah. Ah. Sie ballen auf mich. Lunterrad rein. Was mit den Vasen kaputt machen. Der Typ mal arm. Nein, der Typ im Kopf. Hä? Ich dachte, der Typ ist auch etwas anderes. Der Typ tot. Wie kommen wir jetzt weiter? Ich? Oh, wir müssen den Heli kaputt machen. Dann schützt ich wieder? Ich meine, es wird dir angezeigt. Aua. Na, du denkst in den Api schießt drauf. Pff, genau. Das ist ja nur mein Leben, was gleich niedrig ist. Was fast weg ist. Tuck, so macht man es. Ja, weil ich mich anschießen durfte. Natürlich. Das Restaurant. Ja, das ich gerade nicht aufgenommen habe. Warum? Mein Charakter hat er gerade in der Glatze gehabt. Habe ich gesehen. Ich hatte auch gerade, hä? Warum ist der so hellhaarig? Der ist gar nicht haarig. Tschüss. Nee, die können wir töten, gibt man nie. Ich habe einen fürs Wasser geschubst. Wir haben auch keine, äh, keine Helikopter mehr hinter uns. Nee. Sie ist hier. Ach, gleich treffen wir Leon, ne? Ist ja nicht so, dass ich noch 20, äh, Granatwehrfahrt habe. Über 20. Uh, was was denn? Kritikersbunke. Lass mich in Ruhe. Oder so. Beamten. Beim Überleben, den Granatwerfer wird soldert. Du musst doch treffen damit. Habe ich doch. Ich habe in die Mitte von ihnen geschossen. In die Mitte von ihnen. In die Mitte von allen. Also, ach so. Deswegen habe ich kaum Leben. Nein, das hätte nichts abgezogen. Du hast dann ein bisschen voll fast. Stellt dir vor, wir hätten das nicht, äh, haben wir es eigentlich an für ein Klebfeuer? Oh, no. Stellt dir vor, man könnte sich schon abbalern. Könnte ich mich einstellen, aber ich glaube nicht, dass es gut wäre. Wer hier der C-Virus entwickelt? Ada! Ich werde dich kriegen. Ach, da kann man Schlampe, den wir bei Leon gesehen haben, ne? Spider-Man, Schlampe. Spider-Man, Spider-Man. Boah, wie kriegt man nochmal Licht an hier? Wie Licht an? Kann doch, man kann doch Licht an, aber? Ah, guck mal, was jetzt kommt. Ja, ich weiß. Was die auf der anderen Seite das Gekammer gemacht haben. Mhm. Nur Sprinten. Da sind wir gerade hier von letztem Mal. Das wäre cool, wenn das wirklich so identisch ist, was wir gemacht haben. Fantastisch. Einfach nur noch im Kreis drehen. Oh. Vorsicht. Wie war das nochmal? Hinsetzen, hinlegen. Ah ja, gut. Und jetzt hier auch? Genau, in diesem Moment haben die es auch gemacht. Das ist richtig, Leute. Verdammt! Jetzt sieht er halt das gleich schon aus einer anderen Perspektive. Hm. Gut, wir nehmen die Treppe. Habe ich das gleich wie das letzte Mal auch eigentlich, ne? Genau. Jetzt träume ich nicht weg. Ich wollte die Tür aufmachen. Ich habe es euch aufgemacht. Schäfer ist ein Problem damit. Ja. Okay. Oh, jetzt kommt das hier mit der komischen Treppe. Die Kameraperspektive da so komisch war. Du kannst nicht laufen. Du kannst die Kameraperspektive nicht. Müssen wir auch gegen Roboter-Termine kämpfen? Weiß man nicht. Aber jetzt kommt hier ganz viel Wissen. Mit Krä... An Munition. Ja, weil ich es kaputt machen. Dann alles eins, aber nicht. Ja, es hilft es. Ja, find's gut. Oh, hier ist es. Yeah. Ich einfach da nur hingehe, ne? Vorwärts. Oh, der Vogelschild. Was zur Hölle ist das? Ja, jetzt kommt das, glaube ich. Ja. Bleiben Sie wachsam. Wer weiß, was das Miststück geplant hat. Und eine Kampagne spielt man zieht doch, ne? Ja, die letzte. Äh, wie denn bitte? Die spielt doch alleine. Naja, die haben für den Multiplayer irgendwann später per Patch noch einen, äh, ja, Kameraden und so gefügt für sie. So. Kann man gucken, was wir letztmal gemacht haben? Wenn wir erstmal zur Tür gehen, würde ich sagen, ne? Ja. Nicht durch mich gehen. Wir sind gefangen, Captain. Captain, wir sind gefangen. Ach, wir sind nicht erwartet. Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Ich versuche sie wieder abzulenken, wenn es die gleiche Viehchen sind. Ja. Ich weiß nicht, als würde ich die mögen. Sie werfen mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen. Ich weiß nicht, als würde sie explodieren. Faulen Tricks werden uns nicht aufhalten. Du musst hier irgendwas aufmachen vorher. Ja. Scheint schon. Versuch durchzulaufen. Ah, falsch. Verdammt. Das ist unendlich lange, glaube ich, nicht aufhalten, weil da irgendwo gehen sie zu dir. Warum Sire? Pass auf. Ah, den konnte ich nicht aufhalten, da war die Zwischensequenz. Kurze vor, als ich es hatte. Die Zwischensequenz im Weg. Oh. Oh. Ah. 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 Ich versuche das mal. Ich habe es ja geschafft, zweimal. Ich habe es auch mal geschafft. Nochmal. Na. Das ist ja eine Leute von der anderen Seite. Au. Ich habe noch einmal müssen wir es machen. Hm. Sicherheit. Sicherheit. Ich habe es ja auch mal geschafft. Sicherheitsverstoß in Raum Zero. Deaktiviere Verriegelung in Raum Zero. Los geht's. Wir haben keine Zeit. Jemand weiß ja nicht, dass wir EDA kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Ja. Jetzt hast du gerade gehört, die Leute. Ja. Doch leider lassen wir uns ja von denen aufhalten, Leute. Spoiler, spoiler. Aber die Folge müsste die ja gehen. Ja, vor allem ist es jetzt die gleiche. Genau in dem Moment können wir eigentlich schon nach außen machen auch wieder, ne? Wie letztes Mal. Ja. Eigentlich schon. Boah. Hat Spaß gemacht. Ciao. Räder. Ich mag sie nicht. Nö, ich auch nicht. Wie die rennt. Ada. Ada. Ihre Freundin spielt. Achso, wer soll ich nicht vorlesen? Das sagt sie ja schon.